Hallo, folgendes für alle, die gerne den Live-Talk schauen. Ich habe euch ja schon vor ein paar Monaten und dann nochmal vor ein paar Wochen den Gedanken mitgeteilt, den ich habe, so einen eigenen Kanal zu machen, einfach aus dem Grunde, weil da eine ganz spezielle Atmosphäre herrscht und sich eigentlich immer so ein kleiner Freundeskreis dort trifft und entsprechend möchte ich einfach dieses Video, beziehungsweise die Videos des Live-Talks, beziehungsweise auch der Live-Talk an sich natürlich, auf einem eigenen Kanal präsentieren und ja, den Link zu dem Kanal gibt es unten und heute fangen wir damit an, das heißt, der Live-Talk heute findet auch schon auf dem neuen Kanal statt, ich werde auch die Videos von dem, wie wir bisher gemacht haben, von den alten Live-Talks wahrscheinlich auf den neuen Kanal sozusagen dann draufziehen, auf jeden Fall, nur damit ihr Bescheid wisst, also wer die Live-Talks entweder live verfolgen möchte oder halt diese Gespräche im Nachgang sich als Video gerne anschaut, der sollte unten auf den neuen Kanal gehen, den Kanal abonnieren und ja, und dann sehen wir uns dann, so wie ihr wollt, heute 21 Uhr zum Live-Talk oder dann halt die Woche über in den Kommentaren zu dem Live-Talk. Das wollte ich euch nur mitteilen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis heute Abend. Bis zum nächsten Mal.